Das Studio Heizkeller präsentiert! Die Uhr an der Wand sprang gerade mit einem hörbaren Klicken auf 21 Uhr um, als Jacob Stirling sich mit zusammengekniffenen Augenbrauen und einem energischen Kopfschütteln aus seinen Gedanken riss. Mit einem frustrierten Seufzen klappte er die hellbraune Fallakte zu, an der er gerade gearbeitet hatte, und wischte sich mit einem seiner weißen Hemdärmel etwas Schweiß von der Stirn. Die drückende Hitze des kleinen, zweckmäßig eingerichteten Büros ließ seine Gedanken so zäh wie Kaugummi fließen, während Jacob vergeblich versuchte, sich zu konzentrieren. Ach, Rosenkriege. Was ist denn aus dir geworden, Stirling? Er massierte seine Schläfen und griff dann nach einem Päckchen Zigaretten, die neben ihm lagen. Gedanken verloren zündete er sich eine an und nahm einen tiefen Zug, während sein Blick erneut über die Akte MacDonald wanderte. Diese, gefüllt mit allerhand Fotos und Kopien von vertraulichen Daten, erzählte die übliche Geschichte. Er, in diesem Fall ein Mann namens Andrew MacDonald, war ein Begriff, sich von seiner Frau Irene scheiden zu lassen. Er hatte irgendwas von Mexiko und ein neues Leben anfangen erzählt, und deutlich gemacht, dass er, wie er es ausdrückte, sein hart verdientes Geld lieber selbst ausgeben würde, als seiner Gattin ihren rechtmäßig verdienten Teil des Kuchens abzugeben. Wenn man all die rosa Herzchen und den Kerzenschein ausradiert hatte, dann ging es in einer Ehe letztlich auch nur ums Geld, dachte er mit einem mürrischen Grummeln, das ihm, während er sich langsam in seinen Stuhl zurücklehnte, entwich. Etwas, das Stirling aus erster Hand heraus hatte erfahren dürfen und woran Mel, seine Ex-Frau, ihn monatlich immer wieder aufs Neue erinnerte. Unterhaltszahlungen waren die neue Geißel der Menschheit. Er schüttelte sich aus seinen Grübeleien und wendete sich wieder dem eigentlichen Thema zu. MacDonald war ein schmieriger Gebrauchtwagenhändler von 50 Jahren, mit viel zu breitem Lächeln und der aufgesetzt jovialen Art einer Ratte. Der Typ Mann, der Konversationen lediglich dafür nutzte, sich selbst sprechen zu hören. Stirling saß für einen Moment teilnahmslos da und spürte Abneigung, die sich langsam erneut in seinem Körper auszubreiten begann. Er hatte nichts übrig für all die Häuser, Autos und Flachbildschirme, mit denen seine Klienten ihn tagtäglich zu beeindrucken versuchten. Doch Personen wie Andrew mussten sich jeden Tag aufs Neue beweisen und mit anderen messen. Ob es ihre Umwelt nun interessierte oder nicht, stand bei diesem Schlagmensch nicht zur Debatte. Was für ein aufgeblasenes Arschloch hatte Jacob beim ersten Treffen geurteilt und nicht umhingekonnt, Mitleid mit dessen Frau zu empfinden. Jener Frau, der er trotz dessen die letzten sieben Tage über auf Schritt und Tritt wie ein Schatten gefolgt war. Er sollte im Auftrag ihres eigenen Mannes eine Leiche in ihrem Keller oder besser noch, einen Lover in ihrem Bett finden. Moralisch fragwürdig? Aber auch ein moralisch fragwürdig verdienter Dollar würde das stetig größer werdende Loch in seinem Konto stopfen. Jacob hatte schnell gelernt, sein Mitgefühl und vor allem seine Meinung für sich zu behalten. Machte ihn das zu einem besseren Menschen? Nein, definitiv nicht. Aber immerhin machte es ihn satt und hielt ihn über Wasser. Was in seiner Branche meist mehr wert war und eher Geld einbrachte als Grübeleien über Ethik und Moral. Die Langeweile, die Sterling bei Aufträgen dieser Art jedoch empfand, konnte auch die in Aussicht gestellte Bezahlung nicht betäuben. Wo waren Glanz und Glorie, die man ihm mit diesem Job versprochen hatte? Jacob schnaubte hämisch und musste über die Naivität seines jungen Ichs den Kopf schütteln. Er war schon lange kein Träumer mehr. So viel war sicher. So wie es im Leben meistens war, war zu viel geschehen und zu wenig gute Erfahrungen dabei entstanden. Frisch vom College hatte er Sterling Investigations voll mit naiven Wertvorstellungen gegründet, seine ersten Fälle angenommen und war, wie jeder Erwachsene irgendwann mit der stupiden Banalität seines Alltags kollidiert. Älter und bitterer geworden. Nunmehr, fast 30 Jahre später, war auch er nur ein weiteres unbedeutendes Zahnrad dieser Welt. Einer von vielen im Kampf gegen die Herren in Grau. Jacob schlug mit einem energischen Klatschen die Hände zusammen, richtete sich von seinem Schreibtisch auf und packte eine kleine Thermoskanne, gefüllt mit starkem Kaffee und eine Kamera in seinen Rucksack. Schließlich zog er eine dunkle und sehr abgewetzte Lederjacke über und griff nach Zigaretten und seinem Mobiltelefon. Genug Selbstmitleid, Sterling. Die Lady wartet. Murmelte er auf dem Weg zur Tür, öffnete diese mit einem leisen Quietschen und trat auf den Flur hinaus, um sich ein weiteres Mal an Irene McDonalds Fersen zu heften. Kaum hatte er das einfache Gebäude im Industriegebiet verlassen, traf ihn der heiße Sommerwind. Selbst jetzt, kurz vor 22 Uhr, hatte sich dieser kaum merklich abgekühlt und ließ Jacob nach Luft schnappen. Phoenix mitten im August glich einem Vorhof der Hölle. Wochenlange, unerträgliche Hitze ließ die Bevölkerung vor den Klimaanlagen ihrer Apartments kauern, während der Asphalt auf den maroden Straßen blasend warf. Der schrille Gesang von Sirenen, die sich eilig durch die Stadt bewegten, schien nicht abreißen zu wollen. Krankenwegen auf dem Weg zu Herzinfarkten und Kreislaufzusammenbrüchen wurden von Polizeifahrzeugen auf Streife wie Fliegen umschwirrt. Versuchten diese doch bei schlechter Bezahlung und noch schlimmeren Arbeitsbedingungen die Stadt im Zaum zu halten, während links und rechts die Gemüter hochkochten und arme irre Dinge taten, die sie später bereuen würden. In diesem Treiben machte er sich auf den Weg zu seiner Zielperson, ein vergnügtes Schimmern in den braunen Augen und ein leichtes Lächeln im dunklen Bad versteckt. Sterling liebte den Sommer in der Wüste, war er doch einer der wenigen Momente, in denen diese Stadt und die in ihr lebenden Menschen ihr wahres Gesicht zeigten. Nächte wie diese strahlten pure Möglichkeiten aus, die er wie die Luft zum Atmen brauchte, um seine Langeweile im Zaum zu halten. Es musste nichts geschehen, aber es konnte. Ein beruhigender Gedanke in einer beunruhigenden Welt ging es Jacob durch den Kopf während er durch die Stadt lief. Er schob sich zügig und mit gesenktem Kopf durch kleine Grüppchen anderer Passanten und ließ die letzten sieben Tage noch einmal Revue passieren. Irene MacDonald war eine anmutige Frau Anfang 40 mit der weißen Weste einer Hausfrau aus den 50ern. Montags Kirchenchor, dienstags Buchclub, Mittwochs Beauty-Salon und so weiter und so fort. Die Botschaft, die sie damit versuchte, an ihre Umwelt zu senden, war schnell in Sterlings Gedanken hängen geblieben und ließ ihn mit einem gewissen Misstrauen ihr Gegenüber zurück. Nichts an ihrem Verhalten oder ihren Aktivitäten ließ auf einen Geliebten oder ein Konto in der Schweiz vermuten. Alles in allem war diese Frau ein Engel. Ein Engel, der mit einem zwielichtigen Männlein wie Andrew MacDonald verheiratet war und sich von diesem seit fast 15 Jahren gängeln ließ. Diese Tatsache machte Sterling stutzig, denn Irene machte einen selbstbewussten, intelligenten Eindruck und fiel nicht in das Profil der misshandelten Ehefrau. Es war nicht mehr als ein dumpfes Bauchgefühl, aber es ließ Jacob keine Ruhe. Seine Füße hatten ihn, während seine Gedanken am Wandern waren, in eine hochklassige Wohnsiedlung in der Vorstadt getragen. Ein Viertel, in dem jedes Haus dem nächsten gleicht, die Rasen in den Vorgärten vorbildlich getrimmt werden und die Nachbarn sich gegenseitig mit falschem Lächeln und leeren Augen einen schönen Tag wünschen. Hier zu leben bedeutete, so erschien es Jacob, der ständige Kampf mit den Familien nebenan. Ein nicht enden wollender Druck, die gesellschaftlichen Normen zu erfüllen und dabei noch glücklich zu wirken. Erfolgreich, immer auf der Überholspur und einen Hang zur Selbstmedikation mit verschreibungspflichtigen Betäubungsmitteln. Es waren goldene Jahre für die Seelenklempner dieser Stadt. Ein Gedanke, der Jacob den Kopf schütteln ließ. Kein Wunder, dass die Welt vor die Hunde geht, kommentierte er mit einem Seufzen, als er sich in einer weniger beleuchteten Ecke vor dem Haus der McDonalds niederließ. Im Schatten eines Kaktus, der am Straßenrand stand, holte er seine Spiegelreflexkamera aus dem Rucksack und ging in lauer Stellung. Auf den ersten Blick wirkte alles wie immer. Die moderne, zweistöckige Villa lag im orangefarbenen Schein der Straßenlaternen. Das obere Stockwerk war bereits dunkel. Die Tochter der McDonalds musste schon ins Bett gebracht worden sein. Andrew McDonalds Auto befand sich nicht auf der mit Kies belegten Einfahrt. Aber das überraschte Sterling nicht. In der letzten Woche hatte er nicht nur Irene beschattet, sondern dabei auch einiges über seinen Auftraggeber erfahren können. So etwas wie Familiensinn gab es im Leben von Andrew nicht. Und wenn es ihn doch einmal nach Hause führte, schien Streit zwischen den Eheleuten mittlerweile vorprogrammiert. Nur für seine Tochter Amelia, ein junges Mädchen von acht Jahren, das schon jetzt ein Ebenbild ihrer Mutter war, schien er einen weichen Punkt in seinem Herzen gefunden zu haben. Durch die hell erleuchteten Fenster des Erdgeschosses sah man die langen, sorgfältig gestylten, roten Haare Irenes vom Esszimmer zur Küche und wieder zurückwandern. Ein Telefon am Ohr, ein Glas Rotwein in der anderen Hand. Wenn McDonalds Frau einen Raum betrat, dann übernahm sie diesen. Die trivialsten Tätigkeiten wurden bei ihr zu einer Oscar-reifen Show. Sterling konnte sich nicht helfen, sie erneut für ihre charismatische Art zu bewundern. Was sollte er sagen? Er war auch nur ein Mann. Männer liebten Irene, andere Frauen wollten sein, wie die rassige Schönheit, mit der McDonald verheiratet war. Durch die geöffneten Fenster waberten kaum verständliche Gesprächsfetzen an Sterlings Ohr. Obwohl er die Telefonrechnung der Frau zu Anfang seiner Beschattung bereits überprüft und nichts Nennenswertes gefunden hatte, war Irene McDonald für Jacobs Geschmack auffallend sauber. So gewann die Neugier schnell die Diskussion mit der berufsbedingten Vorsicht und er schulterte seinen Rucksack. Sterling begann sich eilig, von Schatten zu Schatten dichter an das Wohnzimmerfenster zu bewegen. Währenddessen schaute er immer wieder über seine Schulter, um sicher zu gehen, dass er unentdeckt blieb. Ein besorgter Nachbar, der die Polizei rief oder vielleicht sogar selbst den Helden spielen wollte, war das Letzte, das er gebrauchen konnte. Ich hab dir gesagt, dass ich alles unter Kontrolle habe. Er konnte Irenes Genervtheit nun deutlicher wahrnehmen. Der Tonfall in ihrer Stimme war eisig und Jacob war sich sicher, dass kleine Blitze aus ihren Augen schießen mussten. Es gibt für dich keinen Grund, mich wie ein Kleinkind zu behandeln. Ich hab schon schlimmere Sachen überstanden. Warum ich dann so aufgebracht klinge? Nun ja, lass mich mal nachdenken. Sie lachte für einen Moment glockenklar auf und Sterling reckte seinen Kopf ein klein wenig höher, um durchs Fenster spähen zu können. Er sah, wie ihre rote Haarpracht in Wellen über die Schultern floss. Sie den Kopf energisch schüttelte und leicht gestikulierte. Möglicherweise, weil du mich in den Wahnsinn treibst mit deiner Paranoia. Deine einzige Aufgabe in den kommenden Tagen wird sein, im richtigen Moment deine Klappe zu halten und vielleicht ein bisschen außerhalb mit der Kreditkarte, die ich dir gegeben habe, shoppen zu gehen. Dann ist ganz schnell Gras über die Sache gewachsen. Ich werde, wenn es soweit ist, schon eine plausible Erklärung finden. Also, das bekommst auch du hin, oder? Sterling runzelte die Stirn, verlagerte sein Gewicht und duckte sich wie der Dichter unter das Fenster, vor dem Irene gerade telefonierte. Was? Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Ich sag, es war deine Schuld. Ja. Nein, mein Gott, reiß dich zusammen. Mach dir einfach einen Drink, nimm Nevalium und leg dich schlafen. Entspann dich und lass dich hier nicht blicken. Ja, wir telefonieren morgen. Gute Nacht. Jacob wartete noch einen Augenblick, aber kaum nachdem Irene ihr Telefonat beendet hatte, ging auch das Licht im Erdgeschoss aus und ließ ihn im dunklen Zwielicht der Straßenbeleuchtung verharren. Seine Gedanken arbeiteten auf Hochtouren und Adrenalin pumpte stoßartig durch seinen Körper. Sterling fühlte sich so wach und jung wie schon seit Wochen nicht mehr. Nach acht Tagen mühevoller Beschattung und schlafloser Nächte hatte er den Jackpot geknackt und endlich ein Indiz gefunden, das sein Bauchgefühl bestätigte. Irene McDonald hatte unter all ihrer oberflächlichen Schönheit etwas zu verbergen und Jacob würde herausfinden, was es war. Allerdings, so stellte er mit einem Blick auf seine Armbanduhr fest, würde das auch bis morgen warten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017